Viele Einzelheiten aus ihrem Leben verraten haben, darunter auch natürlich die schreckliche Bluthochzeit, beziehungsweise die Bartholomeusnacht kurz danach, als es zu diesem fürchterlichen Gemetzel kam. Und Ulrike und ich sind aber trotzdem ein bisschen, wie soll ich sagen, ratlos zurückgeblieben, weil uns diese Memoiren manchmal so nüchtern vorkamen. Und wir haben uns danach gefragt, meine Güte, was war denn jetzt zwischen Margot und ihrem Henri, also dem späteren König Heinrich IV.